Er fragt, er hat eine höhere, fünfstellige Summe, Haram-Geld, wie kann er das Geld loswerden? Eine höhere, fünfstellige Summe heißt? Okay, fragt er einfach so oder ist das wirklich akut? Spenden. Wie macht er das am besten? Sag ihm, er soll sich bei DMG anmelden oder uns schreiben. Er soll sich bei uns melden und dann können wir ihm sagen, wo er das Geld richtig eintun kann. Der Bruder, der gerade die Frage gestellt hat mit dieser fünfstelligen Summe, er soll sich bei DMG melden. Wir haben eine WhatsApp-Nummer, wir haben eine Seite, Instagram, Facebook, egal wo. Facebook sind wir nicht, oder? Nee, Facebook nicht. Aber Instagram und... Warum sind wir nicht mehr? Facebook. Okay, inshallah. Ist aus. Ich stehe von gestern. Okay. Also, der Bruder soll sich bei uns melden und wir sagen ihm, wie er das Geld, inshallah, benutzt.